Musik Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tagit Vulkan mit dem Semmi Ja ähm stylische Lichter hier am Start und ähm jetzt habe ich gerade noch fix was probiert mit dem Clothstone den wollte ich eigentlich auch zersägen und als Lichter benutzen aber dummerweise habe ich jetzt festgestellt dass der Clothstone hier ähm noch nicht zersägt werden kann finde ich ein bisschen uncool also ja nicht direkt uncool aber ja nicht so stylisch wie ich mir eigentlich gedacht habe ähm ich wollte den eigentlich so als Stripes nehmen so als Lichter Stripes und jetzt werde ich das ganze über die Green Saphir Blöcke machen ich glaube grün ist ganz cool und die leuchten auch so ein bisschen ähm und den schwarzen Lampen ähm Green Quatsch ich wollte hier drin suchen Green hier das hier und da werde ich mir jetzt mal einfach äh ja eine ganze Ladung Blöcke machen ähm wobei brauche ich wirklich so viel ich glaube 16 Stück reichen erst mal das müsste ja eigentlich auch schon mal einiges geben ähm und wenn dann können wir ja immer noch welches machen die Säge habe ich noch da aber die ist jetzt bald wirklich kaputt das heißt da werde ich mir Diamantos Säge ich glaube zwei Diamanten waren es und dann noch Sticks glaube ich oder äh Sticky Sticks genau hier geh mal her eins zwei drei und zwei Diamanten nee schade äh so Diamant Hands da kommt noch ein bisschen Iron rein Iron habe ich keins oh dann baue ich es doch hier drin komm ähm tap 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 etwas Iron und ein Diamantos äh das war doch aber so oh was refined Iron Iron Diamant and a Stick Stick ah das ist Sinn okay äh ah hier Iron okay jetzt weil dann haben wir nämlich wieder gleich eine Ersatzsäge ähm die wird man nämlich brauchen und ich werde mir ich glaube ja genau ich muss mir noch ein bisschen Basalt machen ähm Basalt wie war denn das ich konnte mir denn doch genau denn hier ähm ja ich da tue ich mir mal das Inventar vollfüllend so ähm weil dann tue ich hier drin nochmal jetzt eine ganze Ladung Basalt schmelzen ich glaube hier hinten kann ich das war war das ein Furnace Induction Furnace ja da ist gerade nichts drin ähm Basalt 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 und Basalt mhm kann ich hier Basalt rein tun ja Basalt so und der Rest ist doch hier haben wir auch noch ein bisschen Basalt so weil dann haben wir nämlich eine ganze Ladung auch schon mal weg und können wieder ganz viel Basalt machen beziehungsweise Basalt wie ich konnte Basalt glaube ich auch herstellen wenn ich nochmal ähm nochmal hier dann hier oh krass das ist so zu viel aber gut okay dann natürlich wieder hier rein das da brauche ich jetzt auch nicht mehr so die da wollte ich mir endlich auch mal hinbauen hm ja Basalt dann nehme ich jetzt mal noch ein bisschen was mit das hier kann ich da lassen das brauche ich gerade nicht die Half Slabs die brauche ich eigentlich auch nicht den Nether Rack Fence brauche ich auf jeden Fall ich es gerade auch nicht den Glowstone nehme ich mal mit das Teil das brauche ich eigentlich auch nicht ähm ja das ist Kabel die Handsore die Lichter die Covers die Blöcke ja ich denke es geht auch schon mal wie habe ich denn da oh Juju da könnte ich noch ein bisschen Copper herstellen Copper machen wir mal keine Ahnung das geht nämlich so ratzfatz schnell wenn man genügend Copper hat das ist geil ja okay das habe ich nicht mehr ähm brauche ich noch ein bisschen Juju Matter aber was soll's die Juju Matter Produktion die soll ja noch ein bisschen geupdatet werden sobald mal die Solar Penners hier fertig werden so und hier habe ich jetzt vor ne Dolly ähm ich habe vor das Ganze jetzt ein bisschen anders zu machen ich habe allgemein vor noch das Atomkraftwerk ein bisschen ja zu erweitern weil mir gefällt das noch nicht so ganz hier genau hier das da wollte ich auf jeden Fall noch anders machen und ja jetzt fange ich mal an hier in den Ecken so so und so das wird jetzt auch schon mal mit mit ge black inverted lamps ausgeleuchtet und zwar glaube ich werde ich das sogar so machen so oder mache ich das so aber das ist jetzt schöner ne dann leuchtet es halt auch auf dem Dach mhm wie sieht es denn von unten schön aus mal hier reingehen eigentlich sieht es ja so fast schöner aus ne und ich weiß nicht wenn ich jetzt hier das krasse grün rein bringe ist es dann zu heftig ich könnte es ja mal machen und ihr sagt mir einfach was ihr davon haltet wenn man das zu machen so und dann brauche ich noch ein paar Ecken was heißt ich mache mal zehn stück so 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 und so wenn man dann hier machen wir das zu und dann habe ich das vor so so wenn ich das ist so ach quatsch hier ich das ist so lass ist das dann zu zu heftig als lampe oder ist das genau richtig oder doch ich glaube aber ich glaube das sieht sogar besser aus wenn das oben drauf ist ich glaube dann werde ich das ah ja die kriegt man sogar zurück das ist perfekt das heißt die gehen nicht mal kaputt das finde ich sehr gut dann könnte ich ja rein theoretisch mhm wenn ich hier noch halbe covers mach ähm ja doch das macht es auch machen wir mal tap 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 so dann habe ich noch ein bisschen grün auf dem Dach ich weiß nicht ist das zu heftig oder sieht das gut aus wenn ich das so mache ich kann mir das noch nicht so richtig ich weiß gar nicht sieht man das jetzt von unten wahrscheinlich das grün sieht man nicht von unten ne das sieht man nicht von unten heißt die frage ist das stylischer wenn ich so mache was sieht jetzt besser aus das oder das ich finde ja ich fast ich kann mich jetzt nicht so richtig entscheiden ich finde beides irgendwie gar nicht schlecht aber ich glaube ich finde sogar besser wenn es sozusagen so eingerahmt ist als lampe ich glaube ich werde das so machen so gehen wir mal wieder her und auf dem Dach ich weiß nicht das grün ist halt schon schon eine krasse Farbe hier oben also ist die frage ob das nicht zu heftig ist so als lampe ich hätte ja gerne noch so ein paar Sachen auf dem Dach ähm vielleicht gerade so mit Metallgitter oder sowas und ja da bin ich mir dann nicht immer so ganz schlüssig wie ich das machen soll zum beispiel hätte ich auch gerne noch nicht so eine Antenne oben raus das wäre auch noch irgendwie stylisch äh müssen wir mal gucken das müsste doch irgendwie gehen was könnte man denn da nehmen was wirklich stylisch auch aussieht oder machen wir das gerade mit obwohl hier so ein block of iron ich glaube mit dem sieht das nicht schlecht aus dann nehme ich die mal mit und werde das mal ausprobieren wenn ich das so als Antenne mache das weiß ich nur nicht ähm wo ich die hin mache keine Ahnung wenn ich jetzt so wie mache ich denn das ich wollte noch iron bars ich habe doch ich habe doch ähm ich habe doch einen schnelleren Weg so 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 und so das geht doch schneller oh die Lampe leuchtet das heißt ähm wir brauchen da wieder eine eine Dings 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 ähm iron ah da habe ich noch ganz viel dann nehme ich mal ein paar mit so weil ich glaube ich werde die Eisen ja doch die läuft äh nicht zur query zum Ding und dann schaue ich mir hier fix an ah ja der tut echt nicht mehr nehmen wir uns hier eine raus und tauschen die einmal gegen das hier und dann läuft die Sache wieder genau so und das tun wir hier rein und das da gefällt mir auch nicht so das wollte ich auch nochmal umändern also das gefällt mir schon aber ich glaube ich werde da habe ich die jetzt alle bekommen wie viel habe ich denn jetzt von Denne ähm wo sind sieben ich brauche aber acht wenn ich mich nicht täusche ne hier auch die Säge nehmen hä wieso geht das nicht aber ist das so ein komisches zersägtes so ein halbes wo keiner wirklich weiß wie man das wieder doch ich ne ne doch das passt so aber ich brauche Holz und ich habe kein Platz mehr oh nein ich habe zu viel Stuff dabei rot schmeiße ich auf jeden Fall nicht weg was schmeiße ich jetzt weg hm oh ne die vielleicht oder ah ich könnte daraus wieder die hier machen so genau und wobei das so eigentlich auch nicht schlecht aussieht aber ne so wollte ich es nicht ähm habe ich hier ein Crafting Table ne habe ich nicht oh habe ich ne habe ich echt nicht kein Crafting Table hier da müssen wir nochmal zurück ich glaube dann mache ich mir fix ein Crafting Table und nehme den mit rüber oder ich könnte mir so ein Crafting Terminal Monitor Dings machen äh äh Crafting ne wie war denn das ähm ME ähm Crafting Crafting Monitor der war es ne was habe ich hier ME Terminal Crafting Terminal ja der hier ist es also so ein Storage Cell ein Access Terminal und Class ähm also eins von dem hier dann ein Egg ne ein ein boah ich habe es schon wieder vergessen Access Terminal Crafting Terminal okay Storage Cell Storage Cell haben wir noch eine ähm da brauche ich bloß eine dann Glas und Iron mhm Iron 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 Tam 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 und g mhm Glas 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 haben wir ja da haben wir mehr als genügend ähm dann gehe ich nochmal rüber und bau den drüben ab weil da brauche ich denn ja eigentlich nicht wir haben schon wieder nacht es lohnt sich schon äh nicht zu query ähm ne hier oben ist der so und dann bauen wir den hier ab einmal weg damit und dann einmal hier rüber oh die zeit die vergeht schon wieder hey jetzt habe ich eigentlich nur nicht wirklich was geschafft ähm wie waren das jetzt hier denn denn hier so jetzt haben wir den hier und jetzt was sollte ich denn jetzt machen drüben ich hab's oh man also jetzt habe ich so ein monitor kann jetzt auf jeden fall drüben was craften ach so ja ja gut okay das kann ich auch drüben machen ähm und die acht die nehme ich jetzt für hier weil ich glaube das sieht stylischer aus wenn das so ist so gefällt mir das glaube ich ganz gut so dann ist das nämlich ein bisschen luftiger und ein bisschen offener und sieht nicht ganz so ja so unschön aus so und hier ähm was wollte ich denn jetzt hier machen genau hier bin ich noch am überlegen mit meinen lichtern aber ich glaube draußen lasse ich das grün da gefällt mir das grün nicht so arg da werde ich glaube ich eher dieses eisen nehmen das sieht glaube ich stylischer aus na lass mich mal hier hoch das heißt ich erst mal noch mein kamin denn sollte ich ja auch noch dann wollte ich auch noch zu machen aber da habe ich mir jetzt überlegt da werde ich die iron bars rein machen und zwar weiß ich nicht vielleicht gerade so auf die dritte höhe eigentlich so die gehen das hatte ich ja schlecht weg so und ich glaube das hier mache ich noch damit das so ein bisschen zu ist und ein bisschen geschützt ist denke ich mir dass da nicht alles reinkommt und aber trotzdem ob sie war trotzdem noch der naja nicht existierende dampf da raus kann finde ich das glaube ich ganz stylisch wenn wir das so machen und wenn wir dann drüber fliegen selber dann auch irgendwie dass da ein bisschen was drin ist und dann habe ich das nämlich eigentlich auch schon zu ich fände das noch cool wenn nicht und wenn ich denn denn den reaktor ein bisschen so ja so 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 reaktor mäßig also dass der in der mitte dünner wird und oben wieder dicker bauen würde aber dass das zu umsetzen ist dann da hat das noch mal ein ganz ganzes stück arbeit und ich glaube das werde ich mir jetzt nicht geben aber was ich mir geben könnte ist noch dass ich hier drumherum einen rand mache so wie das hier dass ich das so mach aber das funktioniert nicht dann muss ich das halt mit einer halb halbrix davon machen das geht ja die kann man ja machen wenn man die noch einmal zu sägen wir haben noch eine säge hier ja natürlich und hier eine ganze ladung von denne hier zu sägen und was weiß ich wie viel 20 stück machen wir mal ich weiß nicht wie viel ich brauche so 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 und dann mache ich das einfach so hin und dann könnte ich die eigentlich da auch in den ecken ausfüllen genau so und dann sieht das schon ziemlich stylisch aus so wie ich mir das vorstelle weil dann sieht das ganze teil ein bisschen ja dicker aus und ein bisschen umfangreicher und fülliger und so ich glaube das finde ich ganz stylisch so oh nein nein hoch mit dir hoch komm schon so jetzt baue ich das noch das problem ist ich nehme jetzt gleich noch mal eine folge auf und jetzt würde ich euch gern fragen ob ihr das stylisch findet mit dem grün oder nicht aber jetzt habe ich dann wenn ihr die folge seht habe ich dann schon die nächste aufgenommen und ja aber ihr könnt es mir ja trotzdem mal in den kommentaren da lassen wie ihr das findet mit dem grün ob das grün auch von außen sichtbar sein soll so wie da hinten nee ich glaube das sieht besser aus ohne da machen wir lieber was graues hin oder so ich glaube damit kann ich mich einfach mehr anfreunden hier gibt mir mal nochmal die komplette ladung und dann gibt mir hier auch die komplette ladung und jetzt habe ich keinen platz mehr aber doch habe ich perfekt ähm ja ich so ja lasst mir doch einfach mal einen kommentar da wie ihr es so findet ähm wie war das hier so so und so und so und so dann hier noch zwei ah diese oh hier habe ich mich verbaut einmal weg damit na toll mal wieder da hat er nix wo kommen lassen hier immer hoch ja ich glaube das sieht gar nicht schlecht aus hier so mit den gitter das gefällt mir sehr gut ähm hier und dann hier und hier dann hier und hier und hier und hier und hier und hier und hier muss noch eins hin aber ich habe keine mehr muss ich noch mal welche zu sägen äh habe ich noch die kaputte säge die hier so die gibt es nämlich auch bald den geist auf da gibt mir mal ein paar so tapp 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 ähm hierhin und dahin und da und da so perfekt genau jetzt bin ich einmal glaube ich im kreis sieht das ganze von oben schon so ein bisschen dick aus wie ich das gerne hätte und jetzt hätte ich es gerne einfach dass es so ja das ist hier so ein bisschen dünner werden würde das wäre noch echt cool aber ich weiß nicht vielleicht baue ich das mal noch offscreen einfach weil es mir gefällt und er hat hier oben noch ein bisschen ja das noch ein bisschen um ummodeln so dass ich es stylisch finde vielleicht setze ich die gitter auch noch eins hoch weiß ich noch nicht so genau mal gucken ähm aber ihr könnt mir ja mal sagen was ihr davon haltet oder ich mache es auch in der folge wo ich wo ich über mich laber genau ich bin ja immer noch auf der suche nach fragen und antworten und äh ja ihr wisst schon selbstfindungs gedrängel gedrungel und gedrangel wie kommt ihr jetzt hier hoch nach euch nass dich noch um und dann ist auch gut für heute und ich sag in dem fall bis zum nächsten mal beim atomkraftwerk så bis zum claus bis zum claus Vielen Dank.